äh jetzt hab ich zwölf Chons umsonst geil irgendeiner würdest du schon kaufen so äh buddha sister nochmal welche reinhauen so fast so buddha sister packages zwölf ok let's go drei habe ich erst, oh god, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen du ja stimmt ich hatte vorher 15, dann habe ich zwölf Chons gemacht stimmt ja habe ich nur drei gehabt, ja passt kann ich noch einen Blumentopf kaufen, muss man mal schauen gehen vielleicht kann ich den irgendwo noch kaufen dann haben wir noch einen Blubby mit dem store grow store, had, was ist denn, had also land land sativa indica buddha sister kaufen wir noch 10 sativa machen wir noch mal 10 klang klung land ideal so passt upgrade unter geschoss kann ich hier nichts upgraden kann ich hier nichts upgraden blumentopf ach gottes willen okay was 110 passt hier machen wir noch mal alles und ideal so dann werden wir hier nochmal warte wie viel haben wir jetzt da oben drei also brauchen wir noch neuner passt neun stück noch bruder sister package let's go hä zwölf ah passt so jetzt können wir nach draußen gehen zu dem typen dem werden wir jetzt die zwölf packages verkaufen ja voll verlesen ich dachte da wollte die joints haben da wollte er nur packages haben ach jetzt bin ich wieder eins zu zeitig ne ja natürlich ja wie vereinbart zwölf packages nimm ja 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 ok der wollte nichts mehr 146 habe ich bekommen perfekt dann schauen wir mal ob wir noch was haben e-mail nix ok dann könnten wir jetzt normalerweise ein upgrade machen im keller und ne pflanze dings kaufen ne äh blumentopf verbessern ja jetzt haben wir schon zwei perfekt so so komplett da hauen wir nochmal rein äh gut und hier haben wir hä achso da da sieht hin und super wie kann ich denn das wie geht denn das weg da super wie sollen wir das jetzt machen achso achso geht das ok passt ja perfekt perfekt so läuft das doch spitzenmäßig du so jetzt haben wir hier schon wieder einen platz frei hauen wir noch ein sortiver rein ideal verwässern perfekt so jetzt geht es rund so ich gehe mal schauen ob ich noch ein so ich gehe mal schauen ob ich noch ein Auftrag habe e-mail oh ja zwölf joint euphoria was wieviel 11 joint euphoria ok passt ok euphoria joint 11 10 einen habe ich glaube ich noch einen habe ich glaube ich vorher am anfang gemacht so jetzt werden wir mal 10 joints machen so perfekt dann werden wir hier gleich mal warten bis es fertig ist perfekt so jetzt haben wir hier euphoria rein und normal achso ne zurück hier kommt buddha sister rein und dann auch auf normal bewässern bewässern sonst liefern wir schnell die chest joints aus mal schauen wo er jetzt ist ja wieder am sportplatz oder was hier da steht ich wieder da das ist immer der gleiche ne da sind keine neuen Typen immer die gleichen so wie vereinbart ja nimm perfekt danke Level up, wow geil Insane in the brain Sehr geil Upgrade, level point, level 2 XP bonus, auto bonus Ich gehe mal auf XP bonus Ok das kann mittlerweile dauern Ist es notwendig den Busch zu gießen Jaja ich komm schon Ich war eigentlich lange weg E-Mail Ok haben wir noch nichts Upgrade Untergeschoss Hell, Tabellen Verlängerung Tables, Tische Ok einen Tisch kann man dazu machen Flowers ok So warte ich wollte hier noch schauen Was man oben verbessern kann In der Bar Möbel 500 Wände 500 Umhauen Watt umhauen Ok 500 Da brauchen wir noch ein bisschen was Ne 6 Package Euphoria 6 Package Euphoria Ja passt Mh Mhm 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 Was Ich hab doch Hä 6 Package Euphoria Package 6, let's go, halb schon 6, das geht aber schnell, wo muss ich nicht im Ring, 60 Meter von hier ist ja nicht weit. Ach wieder der Typ am Zaun, ganz sicher sogar. Ja, es sind immer die gleichen zwei und wie die da stehen. Also eh schon so verkifft, ja, danke. 172 nur, ich dachte es wird ein bisschen mehr werden. Welcome to the Clutch. Oh ne 120, ach Alter, wie viel haben wir jetzt gekriegt? 50 Dollar, super. Ist ja nichts, man. Wie lange sollen das dauern, bis wir die Kohle kriegen, ey. Komm, Auftrag, Auftrag, Auftrag. Hopp, 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 bin fertig. Was ist denn da so innen? So, da kann man ausmachen. Ja, ich komm schon. Busch gießen, Busch gießen, Trim gießen, Trim gießen. So. 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 Jetzt haben wir das auch fertig. Buddha Sista. Da hauen wir nochmal normal rein. Dann nochmal bewässern. Mal schauen, ob wir einen Auftrag haben. E-Mail. 5 Joint Euphoria. Warte mal weniger. Los hier, ich brauche Kohle, Mann. Zack. Joint. Man muss genau den Punkt treffen, damit du Joint machen kannst. So. 1 und 2. Perfekt. Mal trim bewässern, trim bewässern. Perfekt. So, jetzt gehen wir mal wieder ausliefern. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist doch da. Ne, Leute, der Typ. Der kauft ganz schön viel, du. Was ist mit dem los, du? Wie vereinbart? Ne. Ne, perfekt. Verdacht plus 2. Aha. Ja, passt. Na, Problem. Bin gerne verdächtig. Da läuft aber gut. Lampe ist nur 43% beide. Okay. Passt. Mal schauen, ob der Auftrag da ist. So. 5 Joint Euphoria. Das habe ich ja schon gemacht. Also. Mal schauen, ob man dann auf der Kamera. 5 Joint Euphoria schon wieder. 5 Joint Euphoria schon wieder.